Du willst in einem großen Crusader Kings 3 Turnier deine Fähigkeiten als Herrscher unter Beweis stellen oder einfach mal sehen, wie du dich auf einer Map mit vielen anderen echten Spielern behaupten kannst? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Steffen Fuchs, ein wahrer Crusader Kings 3 Meister mit insgesamt über 1000 Stunden Spielzeit und diese Woche kannst du unter Beweis stellen, ob du das Zeug zu einem sagenumwobenen Herrscher hast. Los geht's! Das Allerwichtigste kommt natürlich direkt zuerst. Diese Woche Sonntag am 21.07.2024 veranstalte ich gemeinsam mit ein paar Sponsoren das erste offizielle Stefan-Fuchs-Turnier in Crusader Kings 3. Es gibt ordentliche Preise in Form von Steam Games zu gewinnen und dabei musst du nicht einmal etwas an deinem Spielstil in Crusader Kings 3 ändern. Unser komplexes Siegpunkte-System ermöglicht es, alle Bereiche und Spielweisen von Crusader Kings 3 abzudecken. So kann es unter Umständen sogar passieren, dass sich am Ende des Turniers ein Wettbewerber als Kaiser über alle anderen Spieler erhebt, aber trotzdem einer seiner Vasallen das Turnier gewinnen wird. Es bleibt also bis zur letzten Sekunde spannend. Aktuell haben sich 34 Interessenten für das Turnier gemeldet und über das Turnier-Team abgestimmt. Gewonnen hat das Thema die Bundesliga Machtkampf um die Region Deutschland. Aber wie mache ich jetzt bei diesem Turnier mit? Das ist ganz einfach. In der Videobeschreibung findest du einen Einladungslink zu unserem Stefan-Fuchs-Discord-Server. Dort meldest du dich einfach im Raum Turnieranmeldung für das Turnier an und schon bist du berechtigt am Sonntag beim Turnier mitzumachen. Alles was du dafür brauchst, ist ein OG-Herrscher mit weniger als 400 Erstellungspunkten, ein selbst erstelltes Dynastie-Wappen und einen Startpunkt im Turniergebiet, den noch kein anderer Spieler ausgewählt hat. Dadurch stellen wir sicher, dass beim Turnier jeder auch wirklich dort starten kann, wo er oder sie will und es für Zuschauer und andere Spieler trotzdem gut überschaubar ist, wo sich andere Wettbewerber auf der Karte aufhalten. Wenn dir das an Informationen ausreicht, dann ist das Video an dieser Stelle für dich schon vorbei. In dem Fall wünsche ich dir weiterhin noch ganz viel Spaß beim Zocken und viel Erfolg und Spaß beim Turnier, wenn du denn mitmachen möchtest. Möchtest du aber noch mehr erfahren, dann bleib dran, denn jetzt zeige ich dir im Detail, wie unser Siegpunktesystem funktioniert, welche Regeln das Turnier hat und wie du deinen OG-Herrscher erstellen kannst. Kommen wir als erstes zu den allgemeinen Turnierregeln. Das Turnier wird als Multiplayer-Session mit Passwortabfrage gestartet. Jeder, der sich erfolgreich angemeldet hat, bekommt das Passwort und kann sich damit dann am Turniertag direkt ins Spiel einloggen. Im Spiel selbst werden alle DLCs freigeschalten sein, das heißt egal ob du die DLCs gekauft hast oder nicht, wirst du während des Turniers die Möglichkeit haben, die DLCs und sämtliche ihrer Funktionen zu spielen. Das heißt aber natürlich auch, dass du die DLCs und ihre Funktionen kennen und im Idealfall verstanden haben solltest. Gespielt wird dann auf der 867er Map in der Region Deutschland. Das heißt, dass du dir ein Startgebiet in der hier umrandeten Region frei auswählen kannst. Einzige Einschränkung ist, dass du als Herrscher auf Graf- bzw. Häuptlingrang starten musst. Zu Beginn der Session wird das Königreich Ostfrankenreich zerschlagen, um den Machtkampf um Deutschland zu starten. Gespielt wird dann auf normaler Geschwindigkeit, also Geschwindigkeit 3 und niemandem ist es gestattet, das Spiel zu pausieren. Selbstverständlich musst du nicht die ganze Zeit über vor dem Bildschirm sitzen. Aber wenn du mit einem Turnier zum Beispiel aufs Klo gehst, dann hast du eben für ein paar Minuten keine Kontrolle über deinen Herrscher. Die erste Halbzeit geht von 14 Uhr bis 16 Uhr 30, danach machen wir bis 17 Uhr eine kleine Pause, sodass die zweite Halbzeit von 17 Uhr bis 19 Uhr 30 geht. In dieser Zeit vergehen insgesamt exakt 100 Ingame-Jahre. Das heißt, dass die erste Halbzeit genau am 01.01.917 und die zweite Halbzeit am 01.01.967 endet. Am Ende des Turniers erfolgt die Auswertungsphase. Die ist wegen des umfangreichen Siegpunktesystems nicht allzu einfach für unser Organisationsteam. Deswegen findet die Siegerehrung umso später statt, umso mehr Teilnehmer sich anmelden. Aber keine Sorge, selbst wenn du bei der Siegerehrung nicht mehr da bist, bekommst du als Sieger natürlich deinen Preis und wirst über Discord auch darauf hingewiesen. Die letzte große Regel ist, dass es während des Turniers strikt verboten ist, andere Turnierteilnehmer oder deren Familienmitglieder zu ermorden. Wer bei einem Mord erwischt und erkannt wird, der wird vom Turnier disqualifiziert und sofort aus dem Spiel gekickt. Dafür muss das Opfer aber einen Beweis in Form eines Screenshots vorlegen. Kommen wir nun zur OG-Herrscher-Erstellung. OG heißt im Prinzip Original, also ein Herrscher, den du dir ausgedacht hast und den du ganz alleine erstellt hast. Grundsätzlich genießt du beim Erstellen deines Herrschers größtmögliche Freiheiten. Das heißt Aussehen, Kultur, Religion, Geschlecht, Charakter, Ausbildung und so weiter kannst du alles komplett frei wählen. Die einzige Beschränkung sind die Anpassungspunkte in der oberen rechten Ecke. Die müssen wie bei einer Runde mit aktivierten Erfolgen auch kleiner oder gleich 400 sein. Bei der Anmeldung musst du einen Screenshot deines Charakter-Creators einreichen, der zeigt, dass du dich an die 400er Grenze gehalten hast. Dieser Screenshot wird für alle Turnierspieler sichtbar sein. Sollte jemandem dann beim Turnier ein Unterschied zwischen deinem tatsächlichen Charakter und dem angemeldeten Charakter auffallen, dann wirst du vom Turnier disqualifiziert. Speichere deinen OG-Herrscher also unbedingt als Vorlage ab, um auf Nummer sicher zu gehen. Gleiches gilt natürlich auch für deinen Dynastie-Banner, deinen Dynastienamen und das Motto deiner Herrscherfamilie. Speichere dir das unbedingt ab, damit es da ja nicht zu irgendwelchen Problemen kommt. Crusader Kings 3 ermöglicht dir ja zum Glück, all die Sachen einfach per Knopfdruck zu laden und einfügen zu können. Bei Unterschieden, die absolut keinen Einfluss auf das Spielgeschehen haben, wie zum Beispiel das Wappen, Motto und der Name. Da entscheidet dann ein Schiedsrichter darüber, ob der Spieler disqualifiziert wird oder nicht. Der Grund ist einfach, dass die Schiedsrichter und Zuschauer sämtliche Turnierteilnehmer anhand ihres Wappens unterscheiden und dadurch natürlich dann auch verdeutlicht wird, wie die aktuelle Situation beim Turnier ist. Entsprechend ist es unbedingt notwendig, dass sich die Wappen aller Wettbewerber sichtlich voneinander unterscheiden. Als nächstes kommen wir zu den Siegpunkten. Unsere Turnier-Orga hat sieben Kategorien mit jeweils sechs Kernaufgaben definiert. Jede erfüllte Aufgabe gibt einen Siegpunkt. Am Ende des Turniers gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten. Das Ganze klingt jetzt am Anfang erst einmal sehr kompliziert. Grundsätzlich kann ich das gesamte System aber zusammenfassen zu. Spiel einfach Crusader Kings 3 ganz normal, wie gewohnt. Am Ende wird dann dein Reich angeschaut, überprüft, wie gut dein Reich in unterschiedlichen Kategorien abschneidet und wie gut du im Vergleich zu allen anderen Turnierteilnehmern warst. Wenn du ganz normal spielst und dich einfach nur vom Flow treiben lässt, solltest du auf jeden Fall zumindest sehr gut beim Turnier abschneiden können. Es gibt keine einzige Aufgabe, die so abstrus ist, dass du einen Siegpunkt nur dann bekommst, wenn du auch wirklich weißt, dass es dafür einen Siegpunkt gibt. Alle Aufgaben und alle Siegpunkte sind selbsterklärend und so normal in Crusader Kings 3, dass du die auf jeden Fall bekommen können solltest, ohne von den Siegpunkten und ihren Anforderungen zu wissen. Mit dem Wissen jetzt im Hinterkopf gehen wir zur ersten Kategorie, das ist die Reichskontrolle. Hier werden Punkte dafür vergeben, wie stabil und sicher dein Reich einfach geworden ist. Mit einer Kontrolle von 100% in deiner Hauptstadt verdienst du dir hier schon deinen ersten Siegpunkt. Sobald du ein Herzog bist, kannst du dir einen weiteren Siegpunkt holen, in dem du überall in deinem Haupttitel Herzogtum eine Gebietskontrolle von 100% hast. Gleiches gilt dann auch beim Königreichtitel. Extrapunkte gibt es dafür, wenn es keine feindlichen Fraktionen in deinem Reich gibt, in über 50% aller von dir gehaltenen Grafschaften eine Kontrolle von 100% vorliegt oder in allen gehaltenen Grafschaften eine absolute Kontrolle vorliegt. Das bedeutet, dass jeder Herrscher direkt am Anfang mit 4 Siegpunkten in dieser Kategorie startet. Wenn du ein stabiles und sicheres Reich aufbaust, dann kannst du bis zu 7 Siegpunkte erreichen, vernachlässigst du dein Reich aber und Bewohner müssen dann Angst haben, unter deiner Herrschaft zu leben, dann können die Siegpunkte in dieser Kategorie natürlich auch auf bis zu 0 sinken. Die nächste Kategorie ist Macht. Als Graf oder Häuptling startest du hier standardmäßig mit einem Siegpunkt. Wenn du zu einem Herzog aufsteigst, dann bekommst du dafür einen weiteren Punkt. Sobald du über das gesamte De Jure-Gebiet des Herzogtitels herrschst, bekommst du schon deinen nächsten Punkt und für den Königsrang gilt genau das gleiche. Du bekommst einen zusätzlichen Punkt, wenn du überhaupt den Königsrang erst einmal bekommst und noch einen Punkt, wenn du über das gesamte Gebiet herrschst, was dir als König eigentlich zusteht. Der siebte Punkt in dieser Kategorie ist für den Spieler vorgesehen, der über die meisten Grafschaften innerhalb des Gebietes von Deutschland herrscht. Titel und Gebiete außerhalb des festgelegten Turnierbereichs zählen also nicht in die Siegpunkte mit hinein. Die dritte Kategorie ist Diplomatisches Geschick. Hier bekommst du schon einen Punkt, wenn du ein Bündnis mit irgendeinem beliebigen deutschen Herrscher hast. Ein Bündnis mit einem anderen Spieler hingegen gewährt dir dabei noch einen zusätzlichen Punkt. Sobald du es schaffst, eine Dreierallianz zu bilden, wo jeder ein Bündnis mit jedem hat, dann bekommst du als Mitglied dieser Allianz noch einen Punkt. Weitere Punkte werden dann gewährt, wenn die Allianz, in der du dich befindest, 50% oder 100% aller deutschen Gebiete beherrscht. Der siebte Punkt ist dann für den Anführer der Allianz vorgesehen. Wenn nicht alle Allianzmitglieder den gleichen Allianzanführer benennen, dann zählt die Allianz als uneinig und anführerlos und entsprechend bekommt keiner den Punkt. Die nächste Kategorie ist die Kultur. Wenn die Kultur deines Erschers in deiner Hauptstadt offiziell vorherrschend ist, dann bekommst du hier einen Punkt. Gleiches gilt auch für dein Kernherzogtum, dein Kernkönigreich und dein gesamtes Reich. Für jeden Schritt wird hier ein weiterer Punkt gewährt. Außerdem erhalten alle Mitglieder der fortschrittlichsten Kultur hinsichtlich der Kulturerrungenschaften einen weiteren Punkt und sämtliche Oberholter von Kulturen ebenfalls einen Punkt. Sollten mehrere Kulturen gleich viele Technologien freigeschaltet haben, gilt die Kultur als am fortschrittlichsten, die die meisten Traditionen etabliert hat. Und gibt es auch hier einen Gleichstand, dann hat die Kultur gewonnen, die über die meisten Gebiete herrscht. Die nächste Kategorie ist Religion. Wenn die von deinem Herrscher praktizierte Religion in deiner Hauptstadt dominant ist, dann bekommst du hier einen Punkt. Gleiches gilt für das Kernherzogtum, das Kernkönigreich und das gesamte Reich. Ebenso wie bei der Kultur das auch der Fall ist. Darüber hinaus bekommen alle Anhänger der mächtigsten Religion in Deutschland einen Siegpunkt. Und alle Herrscher, die eine heilige Stätte ihrer Religion unter Eigenkontrolle haben, bekommen dann noch einen weiteren Punkt. Das heißt aber auch, dass du diese heilige Stätte nicht an einen Vasallen vergeben darfst, sondern wirklich selbst kontrollieren und selbst verwalten musst. Als nächstes haben wir die Kategorie Ruhm. Hier bekommen Herrscher einen Siegpunkt, wenn sie einen ausgezeichneten Ritter im eigenen Reich haben. Das bedeutet, ein Ritter, dem eine Auszeichnung verliehen wurde. Ist dieser ausgezeichnete Ritter ein Held, im Sinne von, dass er eine Auszeichnung mit besonderem Emblem hat, dann bekommt er einen weiteren Siegpunkt. Insgesamt können bis zu zwei Ritter jeweils bis zu zwei Punkte für ihren Herrscher sammeln. Den sechsten Punkt der Kategorie bekommt man, wenn man ein Prachtturnier gewinnt. Das wird durch einen ausgerüsteten Turnierpreis nachgewiesen. Derjenige Herrscher mit den meisten Turniersiegen in Form von ausgerüsteten Turnierpreisen bekommt den Siegpunkt des ruhmreichsten Herrschers dann noch am Ende. Wichtig ist hier, wirklich sehr wichtig, dass ausschließlich der Nachweis zählt und nicht die tatsächliche Anzahl an Siegen. Turnierteilnehmer müssen also aufpassen, dass ihnen der Nachweis nicht gestohlen oder zerstört wird. Entsprechend können hinterlistige Spieler aber auch versuchen, die Preise anderer Turnierteilnehmer oder von NPC-Herrschern zu stehlen, um selbst an Punkte zu kommen, ohne Turniere tatsächlich zu gewinnen. Die letzte Kategorie ist Reichtum. Hier gibt es jeweils einen Punkt für den Spieler mit dem höchsten Einkommen, dem meisten Vermögen in Gold, der höchsten Entwicklung in der Hauptstadt, der größten Hofpracht und des größten persönlichen Schatzes und des größten Reichsschatzes. Der persönliche Schatz und der Reichsschatz sind ausgerüstete Artefakte zum Zeitpunkt der Prüfung. Hier erhöht jedes ausgerüstete Item den Schatzwert um eine Stufe pro Seltenheitsstufe. Das klingt jetzt in der Definition erst einmal sehr kompliziert, heißt aber im Endeffekt nur, dass du natürlich mehr Punkte bekommst, wenn du das legendäre, mythische Schwert Excalibur dein Eigen nennst, als wenn du eine Gabel zu einem improvisierten Dolch umgeschmiedet hast und den in deiner Hosentasche rumkullern lässt. An dieser Stelle möchte ich schon mal den beiden großen Hauptsponsoren für ihre Hilfe und Unterstützung danken. Dieses Turnier wird gesponsert vom rhodistischen Tempel Deutschland, der zentralen Anlaufstelle für Gläubige des altslawischen Glaubens, deren Freunde und allgemein interessierte Menschen. Du hast vielleicht schon mal von den griechischen Göttern Zeus und Hades oder den nordischen Göttern Odin und Loki gehört. In den slavischen Regionen gibt es ein Glaubenssystem, das der nordischen und der griechischen Mythologie sehr ähnlich ist und bis heute gelebt und praktiziert wird. Wenn du mehr über Perun wählest, die vielfältigen slavischen Sagen und Mythen und die Menschen, die an den Rhodismus glauben, erfahren willst, dann besuche noch heute kostenlos den Discord-Server unseres Sponsors. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Insbesondere als Gamer kann es sehr interessant und vorteilhaft sein, mehr über die slavische Kultur und Mythologie zu erfahren, da immer mehr Spiele sich der slavischen Mythologie bedienen und auf die innerhalb des Spiels verweisen. Das passiert in Crusader Kings im Glaubenssystem, aber darüber hinaus natürlich auch in der Witcher-Saga, dem Spiel Taumaturk. Und selbst in Spielen, wo man es nicht vermutet hätte, wie zum Beispiel Eldenring, tauchen haufenweise Figuren und mythische Gestalten auf, die nur dank der slavischen Mythologie bekannt sind. Unser zweiter großer Sponsor ist das Publisher-Studio Strayforn. Offensichtlich liebst du genauso wie ich Strategiespiele wie Crusader Kings 3. Dann wirst du bei den genialen Spielen von Strayforn auf jeden Fall fündig werden. In The Wandering Village baust und verwaltest du zum Beispiel eine eigene Stadt auf dem Rücken einer sich bewegenden, riesigen, mythischen Kreatur und musst dich den daraus ergebenden besonderen Anforderungen stellen. Wenn Mythologie und Fantasy jetzt nicht so sehr dein Ding sind, dann schau dir Airborne Empire mal an. Da baust und verwaltest du ein Königreich auf einem fliegenden Schiff. Schaffst du es, diese exotische Technologie zu meistern und die vielen Schätze der Welt zu finden? Aber vielleicht gefällt dir ja Crusader Kings 3 auch wegen der chilligen und entspannten Verwaltungsphase der Königreiche. In dem Fall kann ich dir Terrascape absolut empfehlen. In diesem gemütlichen Strategiespiel baust du ganz ohne Stress oder Gefahren ein kleines Königreich auf und erkundest die vielfältigen Spielmaps im Single- oder Multiplayer-Modus. Alles in allem kann ich also sagen, dass die Jungs und Mädels von Strayforn genauso große Strategiespiel-Fans sind wie du und ich. Schau also mal bei ihnen vorbei, den Link auf ihren Steam-Account findest du in der Videobeschreibung. Das war's soweit auch erstmal alles fürs Turnier am Sonntag. Ich wünsche dir noch ganz viel Spaß weiterhin beim Zocken. Vielleicht sehen wir uns ja beim Turnier als Verbündete oder Rivalen wieder, aber auf jeden Fall sehen wir uns dann spätestens im nächsten Video wieder. Bis dahin sag ich erstmal Bye Bye!